Hier sehen wir die Innenkabine für vier Versuche, 4483, eine Schuhkabine. Hier hat man die zwei Unterbetten und es werden zwei Oberbetten noch eingestellt. Hier die Sachen hat man alle schön mit dabei. Spiegel, Föhn ist immer hier, hier drinnen. Das ist immer ganz wichtig, wer eine Kreuzfahrt macht, weil die meisten suchen immer den Föhn. Der ist immer in der Schublade. Und hier seht ihr die Dusche. Superschön. Und die Toilette, man hat genug Platz. Vier Personen werden manchmal ein bisschen eng, aber sonst ist es okay.